Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus 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 Applaus